Hi, willkommen zurück zu DSX-Men K-Divided. So, mir ist Urior im Obermarker, sein Büro und hier ist nur Kenner, ist eine Schrotflinde und hier ist eine Tür. Okay. So, die ist auf. Spannend. Oh, sogar behindertengerecht, finde ich gut. Das ist eine gute Gangster. Oh, oh. Hm, was soll ich denn nochmal ausschalten? Ach, guck mal, jetzt weiß ich ja, wo ich hin muss. Hm. So, die Frage ist jetzt, oh, guck mal, guck mal an, da hinten, da hinten ist hier nicht was. Na, ich würde sagen, wenn wir mit den Lüftungsschachter, dann können wir den Roboter das erstmal anlösen. Zur Not können wir immer noch zurückgehen. Können wir deaktivieren. Wenn theoretisch kann man, müsste es auch funktionieren, wenn ich den EMP an den Kopf werfe und dann in die Gäbe. So, aber gehen wir mal ruhig die Oven in. Ne, überragend so rasch, also sind wir schön zu. Hm, was mache ich hier? Das ist eine sehr gute Frage. Wie gesagt, okay, blasser Schimmer. Ich glaube, ich muss jetzt eher schon mal, ah, das wird aber eigentlich von der Zeit her lange einfach hinter dem Herse schleichen und in den anderen Raum zu gehen. Ich guck mal, wo der sich anstellt. Hast du auch noch Geschwitz irgendwo oder... Okay, das sieht gleich hier nünn. Denkt mir jetzt nix. Das sind die ganze Dinger. Ich will wieder rein, ich will wieder heim, ich will wieder zurück. Wow. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Aber eigentlich müsste es cool sein. In der Laserschrank ist es natürlich dumm. Hier ist alles sonst nix. Ah, jetzt da. Oh, das ist natürlich... Ich habe hier eine bessere Idee. Wir gehen ihm einfach nur, weil dann die aktiviere sich die Lasersperre und der dreht sich hier nicht um. Das wäre zumindest nur ein Versuch wert. Was ist denn jetzt los? Wieso denn jetzt eigentlich? Das ist zwar kein blasser Schimmel, weil ich irgendwas gemerkt habe, aber... Das ist ja uncool. So wird abgeschlossen. Dann machen wir sie nur. Ah, okay. Alles gut, alles gut. Alles gut. So, der ist wieder da. Und der ist wieder da. geht's gut. Das ist ganz gut. Ganz gut. Was haben wir dann hier? Kann ich aufgehen? Vor allem, ich bin das hier umzugehen. Gucke. Oh, scheiße. Da hab ich jetzt nicht mitgerechnet. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, hier ist eine Schwäche in der Wand. Wir zahlen die Dumamo aus, Nutzer, oder? Schmerzmittel, ja, ja, das hole ich mal. So, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hört. Einfach mal gucken, wo es hier hingeht. Biozelle, Numogrid. Okay, ähm, wir müssen immer noch nur ohne. Wenn man mich irgendwo interessiert, was am Ende von einem Gang ist, das sind noch andere Zimmer. Deshalb, gucken wir uns das eh schon mal noch an. Wir können aufhören zu suchen. Ich weiß, dass es im Sohn ist. Ja, ja, ihr könnt aufhören zu suchen. Das ist völlig okay. Wo ist Robo, Schätz hier? Wo geht das, Anna? Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist das mal, weil ein bisschen zu Artcorer und der nicht mal in Gang kommt. Ja, bestimmt schlecht. Der geht hin, Anna. Sehr schön. Ähm. Mach, 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 mach. Mach, 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 mach. Aber rin. Aber die Tür zu. Ah, da kommt er schon wieder. Der böse Finger. Ne, da hat er mal die gehad. So. Wasserkrug. Warte mal, warte mal. Was ist denn hier? Zubehörteile. Die nehmen wir doch mit. Ne. Jetzt nix mehr. Ja, schade. Okay, aber mir wissen, mir wissen wir, wo es weitergeht. Wo ist denn der Kerl jetzt? Duhinne. So, dann gucken wir mal, wo ich da jetzt hinkomme. Oh oh. Äh, ja. Wo ist denn der Kerl da? Wie? Wo muss ich jetzt weiter? Hä? Ihr Obo oder wat? Ja, hier scheinbar. Oh. Ne, da muss ich hier rinnen. Das ist interessant zu wissen. Ähm. Gut. Erstmal kurz die Lage sondieren, was hier überhaupt abgeht. Zumindest muss ich einfach nur über die Flur drüber. Quasi. In dem Raum ist jemand drin. Kommt da irgendwann raus? Ich kann da dorthin rinnen. Ne, dorthin geht da auch an. Ich kann da gucken, wo die rumgehen. Das Problem ist, dass man hier wahrscheinlich auch wieder raus muss. Okay, bei mir das gehen soll. Okay, der Kerl kommt nochmal. Gucken wir mal, wo der hingeht. Okay. Wir können aufhören zu suchen. Ich weiß, dass es sehr gut ist. Okay. Ich könnte... Und, äh... So, die anderen sind im Raum dorthin, ne? Gesperrt? Mit der Ernst? Nicht Dei Ernst. Die ist offen. Haben wir denn ne Torkal? Damit boxt ich sie erst mal um. Oh das war der Chef. Hm. Hm. Gut. Gut. Na? Äh. Komm mal verlassen. Wie viel haben wir da noch? So. Kameras. Weg. Gut. 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 Das ist nicht gut. Ähm. Was brauchen wir nicht? Ne. Zielsystem. Standardgewehr. Munition. Zubehörteile. Ansatzbrechende. Gefechtsgewehr. Schrotmunition. Ablegen. Brauche ich nicht. Gut. 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 Okay. Sollten wir auch nehmen. An Heathrow. Lieferung ist in Heathrow in London. Safe Harbor Konferenz. Alex, das Ziel ist London. Die Dwellys schmuggeln Waffen und die Orchidee ins Apex Center. Scheiße, sie wollen Brown erledigen. Er ist ihr eigentliches Ziel. Ich habe nachgeforscht. Komm in mein Apartment und erklär's mir da. Okay, zu meinem Apartment gehen. Hahaha, toller Witz. Wie? Wie? Ähm, Alarmtafel. Wollte man bestimmt nicht. So, wie? Wo? Vor allem. Dieser Weg gefällt mir nicht. Ähm, ist hier noch irgendwas versteckt? Uuuuuh. Sehr gut. Sehr gut. Anomalyse gestellt. Tracing Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Zugriff gewährt. Ach, drei Praxispunkte können wir auch vergiver. Wow. Ähm. Erstmal das. Dann... Gucken wir mal, ob wir Datenbanken zugefügt. Drei E-Code. Achso, das interessiert mich schon nicht wirklich. So. Ähm. So. Und dann... Oberbus. Ist das so ein netter Weg rausgekommen? Oh Scheiße. Stimmt nett. Stimmt nett. Da sterze ich mich kaputt. So. Jetzt wäre natürlich die Möglichkeit erstmal wieder der Weg zurückgehen. Mh. Jetzt sind wir jedenfalls alleine. Wenn du mich fragst, ist alles in Ordnung. Also Option. Nicht wirklich. Wollen wir mal an einem komischen Roboter zurückkommen. Mh. Wird sein, wir machen mal was anderes. Wir gucken mal hier. Wir stehen hier sicher. Was wir noch machen können. Markierung ist mal egal. Die Smart Vision. Was gibt es denn hier noch? Das ist grobe Sinn. Justierung. Reduzierte Energieverbrauch. Was machst du? Ah. Energieverbrauch reduziere. Nö. Dass du. So. Masse warte. Ähm. Könnte mal eventuell. Bettina. Proteine. Kräse. Das du. Hammer. Was bist du? Ne. Das du. Ist uninteressant. Das Radarsystem. Ne. Geräuschpegel. Das brauche man nicht. Das du. Hammer. Gesundheitssystem. Standardverzögerung. Eventuell. Mehr Gesundheit. Okay. Gut. Bringt uns doch nichts. Wir sind ja. Hat ja total auf Schleiche gespielt jetzt. Also fast. Ähm. Ja. Ja. Okay. Das du. Ist die. Batterie. Wie die Aufladungsradars. Könnte man eventuell machen. Was sonst nichts wichtiges. Was haben wir dann hier. Ah ne. Das Inventar. Inventar. Vielleicht. Bin man nicht sicher. Aber ich bin. eigentlich. Eigentlich unnötig mehr. Und so viel Geld. Wer kennt das eh nicht aus. Gäbe. Genetischer Waffenumgang. Ich will nicht schießen. Was bisschen Doom. So haben wir schon gemacht. Tesla eventuell. Wenn wir es schon haben. Das du. Hammer. Was ist denn das hier. Zwei Ziele. Bogen. Reichweite. Oh ja. Das. Das will ich haben. Mehrer Ziele halten. Zum Feuern. Loslassen. Hm. Wieso nicht. Das. Das könnte man vormerken. Das hört sich gar nicht schlecht an. Würde ich. Muss ich sagen. Ne. Nanoklinge brauche ich ehrlich gesagt nicht. Was ist denn das hier. Prinz mit erhöhter Geschwindigkeit. Mal Däsche. Karossprinz. Nö. Kernoptimierung. Reaktionszeit. Nö. Die ist eh nicht zu retten. Taifun. Ne. Das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Reflexbooster. Reflexbooster. Hm. Was ist denn das hier. War nett das Ding. Ein. Oh das da. Ist aber nice. Oh das haben wir mit dem. Taifun Joach. Wenn wir das auf 2 machen. Was natürlich. Interessant wäre. wenn man das. Landessystem aktiviere. Und dann gerade eine Schachtel hin und runter springe. Das hier ist vorausgesetzt. das ist so wäre ich nur draußen. Das wäre eventuell. Wäre eventuell in betrachtet sie die Haut. Not. Zur Not kennt man das dort noch wohl. Das ist bestimmt auch nicht schlecht. Also entweder Tesla oder das dort. Haben wir doch schon was geholt. Ah die Bogenreichweite stimmt. Also jetzt soll ich das Landessystem. Oder das hier. Und. Und. Ähm. Das hier. Das ist eine Frage. Eine gute Frage. Aber ich würde sagen. Die Frage. Wie man es. Nächste Mo. Beantworte. Genau. Die Beantwortung war dabei. Beim Nächste Mo. Und. Bis dahin sage ich dann. Bye bye.